Mit der Ausatmung zurück ins Zentrum. Starte erstmal klein. Einatmen beide Beine nach links. Ausatmen zurück in die Mitte. Bleibe bitte gerne mit den Schultern auf der Matte liegen. Und aktiviere nun die freie rechte Hand. Kannst du in deine Taille stützen und dann mit der nächsten Ausatmung dein Becken vom Boden nach oben bringen. Einatmen bleiben. Ausatmen wieder landen. Die kräftige Stützherausforderung hier ebenfalls ein kraftvoller, kontrollierter und gut aussehender Weg ist. Letzte Runde. Swandive nach oben. Ganz vom Boden weggedrückt. Bleibe gerne hier. Das ist ein Künstler.